was können freunde jason hier und seid so herzlich willkommen zu einem neuen video und zwar heute habe ich ein paar outtakes zusammen geschnitten vom bad wars ja das ist outtakes hashtag 1 ist wird wahrscheinlich noch viele andere outtakes geben ja ich laufe ein bisschen durch die lobby durch und jetzt wünsche ich euch sehr sehr viel spaß mit den outtakes was soll ich neu starten mit dir kann man keinen spaß mehr machen da kann ich auch gleich abhauen was soll ich mich freuen und seid so herzlich willkommen zu einer weiteren runde freunde und seid so herzlich willkommen zu tag 7 der bad wars der bad wars ja was mit dabei ist wie nachhaltig fresse jetzt ohne witz ist richtig so was soll mit freunde euer jason hier und seid so herzlich willkommen zu bad wars tag 8 heute mal wieder mit dem 30 an 303 auf der map empire hallo andrea schmark ich muss nie hießen ich weiß gar nicht ich wollte es eigentlich in deiner anmoderation hießen das wäre richtig geil gewesen was soll mit freunde euer jason hier was nie hießen ja wirklich steck den finger in die nase ganz hoch und weißt das ist so ein dummes gerede das ist einfach am arsch halt weißt das ist so babyhaft einfach aber was soll mit freunde euer jason hier und seid so herzlich willkommen zu bad wars ja heute ist der tag 8 und das passt aber auch nicht und herzlich willkommen zu bad wars ja ja ich bin ja eigentlich voll verhasst na gut aber das ist doch eigentlich doch aber es war echt geil und weil die beiden sie gleich na 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 und das ist abonavirus im und ist im im es Vielen Dank.